Ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig hat am Samstag der APA entsprechende Medienberichte bestätigt. Man wird sich die noch ausstehende Verordnung genau anschauen und prüfen, ob man hier verschärfe, heißt es. Sorge bereitet im Rathaus die ansteckendere Delta-Variante, wobei hier etwa auf das Beispiel Lissabon verwiesen wird. Die portugiesische Hauptstadt wird nach einer deutlichen Zunahme an Fällen zweieinhalb Tage regelrecht abgeriegelt. Wir werden uns die Entwicklung ganz genau anschauen, hebt der Sprecher hervor. Die Bundesregierung habe die jüngst verkündeten Öffnungsschritte ohne Absprache mit den Ländern getroffen, wird betont. Angekündigt werden etwa für Juli die Wiedereröffnung der Nachtgastronomie. Auch Auflagen für Großveranstaltungen werden weitgehend gestrichen. Wien wird eine mögliche Verschärfung laut Bürgermeisterbüro erst verkünden, wenn die Verordnung vorliegt. Die Beratungen mit Fachleuten werden jedoch parallel zur Ausarbeitung der Verordnung laufen. Angedeutet wird zuletzt etwa von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker eine Einlasserlaubnis in Clubs nur für geimpfte Personen. Welche Maßnahmen kommen und ob sie tatsächlich regional strenger ausfallen werden, ist aber noch offen. Kritik an den Überlegungen kommt am Samstag von ÖVP und FPÖ. Anstatt die Menschen in unserem Land neuerlich mit skeptischen Aussagen frei jeglicher Fakten hinsichtlich der lang ersehnten Öffnungsschritte zu verunsichern, wäre die Wiener Stadtregierung voran Chaos-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker besser beraten, seine Energie in einen schnelleren Impffortschritt in Wien zu stecken, mokiert sich die Gesundheitssprecherin der Volkspartei Gabi Schwarz. Wiens FP-Chef Dominik Knapp spricht von einer Provokation der Sonderklasse, sollte eine Impfpflicht für Clubs oder Diskotheken eingeführt werden.